Freunde, wir haben diesen Monat 70.000 Abonnenten geschafft und das ist einfach nur krank. Ich hab mir überlegt, wenn wir die 1 Million Abonnenten schaffen, dann werde ich mich zeigen. Alles worum ich dich bitte ist das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Freunde, der Regen Expert ist zurück im Item Shop und ich hab keine Ahnung warum der auf einmal wieder drin ist. Und vor allem warum gibt es auch keine OG Version. Ich mein, wir haben einfach beide Styles bekommen. Aber egal, wir kaufen den jetzt einfach, denn wir haben heute eine wichtige Mission zu erfüllen. Denn wir werden herausfinden, wer ist ein echter Regen Expert und wer ist einfach nur Fake. Und dazu zeige ich deren Stats. Und da ich auch Fake bin, fange ich bei mir einfach mal an. Ach ja, und ich hab gehört, wenn du den Creator Code Wannabe im Item Shop eingibst, dann... Steht eines Tages Jesus vor deiner Tür. Hallo meine lieben Freunde, danke, dass du den Creator Code Wannabe im Item Shop eingegeben hast. Okay, die erste Aufgabe wird sein, überhaupt einen zu finden. Ist ja gar keiner. Hat den keiner gekauft? Spielt den keiner? Hey, da ist ein Regen Expert. Das ist ja ein Zufall, mein Freund. Den verfolgen wir jetzt erstmal. Gut, dass der schon eine Waffe hat und ich hab einfach keine. Oh Gott, hier ist keine. Kiste beim Auto, Kiste beim Auto. Meine letzte Retto. Wow, sie enttäuscht mal wieder nicht. Was geht denn hier ab? Feier ich? Was ist denn hier los? Danke. Da ist doch schon der erste Regen Expert. Und der ist einfach anonym. Wie soll ich denn deren Stats nachgucken? Ach egal, die Stats gucke ich einfach in der Wiederholung nach und die werde ich euch dann wahrscheinlich einblenden. Okay, für eine Sekunde habe ich gedacht, hier wäre keiner mehr. Was ist denn mit dir da oben los? Boah, der will es richtig wissen. Hä? Was geht hier ab? Warum ist denn hier jeder auf anonym gestellt? Seid ihr alle was Besonderes? Das war ein Regen Expert, oder? So ein OG? Oh Gott, der ist auf jeden Fall viel besser als ich. Erst mal zurückziehen. Ey, das ist kein Regen Expert. Das ist ein Renegade Raider. Meister Shifu, was geht ab? Ich würde sagen, seines Stats gucken wir einfach auch nach, weil er ist ja auch ein OG. Und zwar hat er 43 Siege bei 4.205 Matches. Und hier geht der nächste Kampf los. Was geht denn hier ab? Wer fightet denn hier schon wieder? LOL. Oh Gott, der geht einfach auf mich drauf. Was macht der da? Der denkt einfach, der kann sich in Ruhe heilen. Aber der Typ da oben macht ja mal einen ganz, ganz ekligen Hasen. Schaut euch den mal an. Und jetzt einfach verstecken. Das haben wir gerne. FBI, oh Gott! Hier wird aber schon wieder ganz schön gesweatet. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe nur noch 100 und... Boah, es geht jetzt hier auf einmal ab. Wie viele kommen hier? Was geht hier alle auf mich drauf? Oh nein, ich bin so tot. Ich sage euch, wenn der reinkommt, kriegt der hier eine Rakete ab. Oh mein Gott! Ist das dein Ernst? Hauptsache, er hat auch einen Raketenwerfer. Okay, ich habe ein gutes Gefühl diese Runde. Ich kann zwar nicht erkennen, welche Recon-Experts rausfliegen, aber ich glaube, hier könnte einer untergehen. Ich erkenne es einfach nicht. Die sehen für mich alle gleich aus. Ich erkenne die Skins einfach nicht. Es sind zu viele. Schaut mal an, wen haben wir denn da? Man lerne, dreh wannabe niemals den Rücken zu. Denn auch der kann nicht killen. Boah, ich habe so eine geile Idee. Pass mal auf. Oh Gott, der ist von da leben gegangen. Es hat geklappt. Aber da ist keiner. Da ist er halt doch, Rainer. Gold, Nabutus. Allein. Geht schon wieder los. Alter, wie viele Metz kann man noch haben? So, die Wannabe-Gang nehmen wir jetzt hier auch noch mit. Schwärmt aus, Freunde. Schnappt sie euch. Oh mein Gott, die haben echt einen gefunden. Gut so, Freunde. Verratet ihr. Wow, den haben wir aber gut getroffen. Oh mein Gott. Nein, ich fail den gerade. Ich treffe ja gar nichts. Oh, wen haben wir denn da? Hallo, Bruder. Antoine ist nicht da. Verpiss dich. So, ich helfe dir mal gerade. Obwohl du hier auch rauskommen kannst. Ich will nur mit dir reden. Okay. Dem gucken wir gleich mal seine Steps, ne? Bin ich gespannt drauf. Hey, hier ist noch einer. Ich picke auch noch die falsche Waffe. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Hier snipe doch noch irgendeiner auf mich. Was geht denn jetzt ab? Oh, der schießt mich runter. Wer schießt mich denn hier runter? Was ist denn hier los? Zieht euch das mal rein. Der schießt auf mich. Zweimal. Und dann zeigt er sich keine Sekunde mehr. Als ob der Typ weg wäre. Das ist unglaublich. Ach, egal. Die Stats waren auf jeden Fall 103 Siege zu 2413 Matches. Wow. Der fasst die gleichen Stats wie ich. Alles klar. Was geht denn hier ab? Hier ist hier ein richtiger Recon-Expert-Treff. Und alle machen Loser-Dance. Ey, ich hab den Tanz nicht. Okay, jetzt sind wir ja alle am Start. Ich würde sagen, wir treffen uns jetzt gleich alle bei der Agency. Und wer nicht kommt, der ist kein OG. Und der ist ein Schisser. Das gibt's nicht. Das sind echt zwei Recon-Experts. Oh, mein Gott. Wo ist der Himmel mit seiner Pompe? Lol, ich hatte fast auf seinem Kopf. Der chillt hier einfach. Wo willst du hin, mein Freund? Hast du gedacht, Bro? Keiner legt sich hier mit meinen Henchments an. Was geht denn da schon wieder ab? Hauptsache, das ist ein Fisch. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Den hab ich nicht verstanden. Ich glaub, der war ein Fisch. Hey, da ist noch einer. Hä? Ist das auch ein Fisch? Okay. Heute will scheinbar jeder ein Fisch sein. Kann nicht mitleben. Okay, es wird Zeit, die Stats von dem Typen mal nachzugucken. Hey, wieso sind denn die privat? Hast du was zu verheimlichen? Oh nein. Wer ist das denn? Der hat mich erkannt. Oh, oh. Midas, hilf mir. Oh mein Gott. Was war das denn gerade? Wie hab ich das denn überlebt? Irgendwer versucht hier Midas zu erledigen. Boah, das geht ja richtig zur Sache. Seht ihr? Kannst du Midas bitte in Ruhe lassen? Ich wollte dir helfen, Digga. Ja, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Jetzt wisst ihr auch, warum Midas und ich keine Freunde mehr werden. Ich glaub, Agency runterzugehen ist die bessere Adresse. Weil die ganzen OGs und Schwitzer gehen bestimmt hier runter. Hey, da ist einer. Aha. Wo willst du denn hin? Ich sag doch, hier gehen einige mit runter. So, ich hab ihn abgewehrt. Er will trotzdem die Waffe geiern. Was bist du denn für einer? Wie viele Leute sind hier? Hey, der hat Midas genug. So geht's hier aber nicht. Was geht, Maske, Bananagame? Alexis, keine Zeit für dich. Was liegen denn hier für kranke Waffen drum? Fiegt euch das mal rein. Ich will keinen Ärger. Ich suche nur Recon-Expert. Haut schon wieder einer ab. Keine Ahnung, was das für ein Skin war. Wo war eigentlich die Keycard? Vier Kills und noch kein Recon dabei. Hey, das ist doch Franz. Wie geht's, mein Freund? Lange nicht gesehen. Irgendwo unter mir ist einer. Hört der den? Und jetzt läuft er weg. Alles klar, Digger. Wo willst du denn hin? Das ist zu krass mit den Waffen. Gibt's hier irgendeinen, der nicht anonym ist? Wow. Jetzt geht's hier aber richtig ab. Was ist denn hier drin los? Hier geht also die Party. Alter Schwede, das ist ja der beste Start, den ich jemals hatte. Ah boin. Wenn man sich nicht in der Agency auskennt. Hier geht das auch. Da ist doch ein Recon. Hey, was geht, Bruder? Du bist ja mit dem Raketenwerfer gewesen. Let's go, der Hase. So, es wird Zeit, deine Stats nachzugucken. Wo habe ich die denn? Okay, der Kollege hat 2681 Matches, 51 Siege und eine 1,06er KD. Hä? Hier ist doch die Keykarte. Ihr hättet doch auch mal was sagen können. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn jetzt los? Was geht hier ab? Warum kommt der genockt runter? Äh, ist hier noch einer? Okay, du hältst wach oder ich geh kurz rein. Ah, mach keinen Quatsch. Wir werden angegriffen. Macht was. Verteidigt uns. Du, lauf mal da hin. Guck doch mal nach. Die Aliens greifen uns an. Leute, die Aliens greifen uns an. Was ist hier los? Er fliegt mit dem Elifahrt in die Agency. Ist der noch da drin? Klar, aber nicht. Oh, du hast einen Ricken-Expert. Aha. Und ich glaub, der ist gar nicht so übel, der Typ. Er schießt schon wieder einer auf mich. Er schießt schon wieder einer von irgendwo anders. Jedes Mal dasselbe. Geht lieber runter, wird sehr heikel. Wo ist der hin? Nein, der fightet gegen jemanden nicht sterben, Bruder. Ich brauch den Kill. Hey, du bist kein Ricken-Expert. Du bist irgendwas anderes. Das ist aber nicht der Ricken-Expert. Loll. Ich hab den Ricken gefunden. Der ist gar nicht tot. Und der killt mich. Nein, der killt mich. Oh nein. Und der hat nur noch 16 HP übrig. Naja, okay. Er hat auf jeden Fall die meisten Siege von all den Leuten, die ich heute gesehen hab. Und ich glaub, damit kann ich leben. Ach so. Und ich lese ja immer eure Kommentare. Und Zocker-Drummer sagt, ich soll das Video beenden mit, wenn's euch gefallen hat. Wie geht's denn dann weiter? Äh. Dann, äh. Guckt doch auch das nächste Video. Tschüss. 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 Tschüss.